Ja, moin Leute, willkommen auf meinem Kanal, willkommen zu Barkhafts. So, wir haben heute ein Video für euch, das, ja, ich glaube, vielen gar nicht so bekannt ist, also die Thematik ist vielen von euch gar nicht so bekannt. Und zwar, ja, ich muss da ein bisschen anders anfangen. Also ich bin ja auch ein Wackengänger und Heavy Metal und Sabaton höre ich ja auch, habe ich schon mal T-Shirts angehabt von und so weiter und so fort. Und irgendwann sagte mein Sohn zu mir, Mensch, hast du eigentlich schon mal das Lied The Last Battle gehört? Ich sage, ja, ganz klar, habe ich. Weißt du eigentlich, worum das da geht? Ich sage, ja, ich glaube schon im Gefecht und so, war nicht so sicher. Und dann habe ich mich damit ein bisschen mehr beschäftigt, das ist natürlich schon Jahre her. Und dann fand ich raus, dass es tatsächlich mal im Mai 1945 ein Gefecht gegeben hat in Österreich, wo die US Army und die deutsche Wehrmacht zusammen gegen die Waffen-SS gekämpft hat. Weil da Dinge vorgefallen sind oder beziehungsweise es sollte was passieren, was dann die deutsche Garnison auch verhindern wollte und hat sich mit der US Army zusammengetan. Und das nahm ich zum Anstoß, mir das mal vorzuknöpfen und irgendwann hatten wir dann gesagt, so jetzt machen wir da draußen mal ein Video, das ist aber schon ein bisschen her. Das hat auch ewig lang gelauert, bis wir soweit waren, weil man unglaublich schwer Fotos und überhaupt Material dafür bekommt. So, dann haben wir natürlich den Schritt gemacht und das möchte ich jetzt hier gerne mal einblenden, wer uns dabei geholfen hat. Und zwar war das natürlich und dann im ganz Besonderen möchte ich natürlich jetzt meinen Dank rausschicken an das Garnisonsmuseum Ludwigsburg und die Militärgeschichtliche Gesellschaft Ludwigsburg e.V. Dort nochmal extra erwähnt, den Herrn Kanapin und natürlich auch den Herrn Dr. Norbert Gangl und denen allen ein Riesendank für die freundliche Unterstützung. Ihr werdet auch in der Beschreibung nochmal einen Link zu dem Garnisonsmuseum finden. So, diese Herrschaften und auch besonders der Herr Dr. Gangl hat uns geholfen, das alles so zusammenzutragen. Und wenn ihr jetzt den Namen Gangl hört, in diesem Video über diesen letzten Kampf, das letzte Gefecht, Kampf um Schloss Ida, werdet ihr auch einen Major Gangl nochmal den Namen Major Gangl hören. Und da merkt ihr schon, da ist die Verbindung. Ich will da auch jetzt gar nicht so viel erzählen, wer, wann, wo, wie, was. Dafür haben wir das Video. Ich möchte euch nur bitten, dass ihr euch mit der Materie mal befasst. Auch vielleicht nach dem Video mal überlegt, warum das tatsächlich passiert ist. Und ich finde es wichtig, dass man das auch mal darstellt. Und deswegen würde ich vorschlagen, ihr schaut euch das Video jetzt mal an und schreibt gerne was dazu in die Kommentare, was ihr darüber denkt. Und ja, ich glaube, wenn man sich das Musikvideo von Samadon auch nochmal anguckt, The Last Battle, dann kriegt man auch mal einen Eindruck, wie das noch im Ausland honoriert wird, diese ganze Geschichte. Gut, genug geschwafelt. Also nochmal ein Riesen-Danke an die Kameraden, die alle mitgeholfen haben. Den Link findet ihr unten in der Beschreibung. Und jetzt geht's los. Major Josef Gangl war fest entschlossen, das Leben seiner Untergebenen, den knapp 30 verbliebenen Soldaten der 2. Abteilung des Werferregimentes 83, in Keimen der aussichtslosen Abwehrkämpfe gegen die Alliierten mehr aufs Spiel zu setzen. Regen prasselte auf die Planen der wenigen Fahrzeuge, als sie am Abend des 29. April 1945 ihr Ziel erreichten. Die Straßen von Wörgl, eine Gemeinde in Tirol, waren gesäumt von den traurigen Resten der geschlagenen Wehrmacht. Wörgl war zum Hauptquartier der Verteidigung von Tirol auserkoren worden. Gangls Werferregiment sollte als Teil der Kampfgruppe von Oberstleutnant Johann Giel, einem Kampfabgruppen Gebirgsjäger, die Amerikaner mittels Zuschlagen und Wegrennen im Vormarsch bremsen. Über Nebelwerfer verfügte das Werferregiment schon lange nicht mehr. Noch im Juni 1944 hatte das Werferregiment 83 an der verbissenen Verteidigung von Caen mitgewirkt. Im Süden von Caen zwischen Falais und Chamboy wurde das Regiment gemeinsam mit der 7. Armee und der 5. Panzerarmee in Summe über 100.000 Mann am 19. August 1944 von amerikanischen, britischen, kanadischen und polnischen Einheiten eingekesselt. Dennoch glückte etwa 40.000 Mann der Ausbruch aus dem Kessel, darunter Gangl und seine 2. Abteilung. Nur einen Tag später schlossen die Alliierten diese Schwachstelle. Das Übersetzen über die Szenen bei Ron und Elboy zwischen dem 23. und 25. August 1944 verlief derart chaotisch, dass die meisten Werfer und Fahrzeuge des Regimentes zurückgelassen werden mussten. Gangl notierte in seinem Tagebuch, obwohl der Russland Feldzug manche grausame Bilder bot, so gebieten diese Tage an der Seine alles, was ich in diesen 5 Jahren gesehen habe. Er wusste wovon er schrieb. Am Tag 1 des Unternehmens Barbarossa, dem 22. Juni 1941, zog Gangl, damals noch Leutnant, als Chef einer Batterie von leichten Feldhaubitzen der 3. Abteilung des Motorisierten Artillerie-Regimentes 25 in den Krieg gegen die Sowjetunion. Das Regiment schließt mit der Motorisierten Infanteriedivision 25, der sie unterstellt war, aus dem Raum Lublin über den Bug auf Lutsk und Rovno vor. Bei Zwiel am Slush durchbrach die Division die Stadin-Linie und marschierte dann auf Chitomir und Kiew zu. Gangls Batterie verzeichnete große Erfolge durch häufige, schnelle Stellungswechsel mit den Haubitzen. Im Waffenverbund gelang es den Russen empfindliche Verluste beizubringen. Immer wiederher kam es aber auch zu brenzligen Situationen. Die Artillerie wurde dann als Feuerwehr eingesetzt um feindliche Gegenangriffe niederzuschlagen. Im Juli 1941 retteten Gangl und seine Batterie auf diese Weise eine Kompanie von Infanteristen, die sonst hoffnungslos überrannt worden wären. Josef Gangl wurde hierfür am 20. August 1941 das eiserne Kreuz 2. Klasse verliehen. Nach der Einschließung von 20 Divisionen der Roten Armee im Kessel von Uman beteiligte sich die Division an der Kesselschlacht um Kiew. Die Stadt fiel an 19. September 1941. Der Vorstoß wurde über Sumi und Orel in Richtung Tula fortgesetzt. Die Straßen verwandelten sich im Herbst in schlammige Furchen in denen die Lkw und Geschütze stecken blieben und mit Zugmaschinen abgeschleppt werden mussten. Der bisherige Schwung des Russland-Feldzuges konnte unter diesen Bedingungen nicht aufrechterhalten werden. Es blieb tatsächlich nichts anderes übrig als auf den Einsetzenden Frost zu warten, der die Straßen wieder passierbar machen würde. Und er kam. Die Temperaturen sanken teilweise bis auf 40 Grad kälte herab. Dass man von einem schnellen Erfolg in Russland ausgegangen war, zeigte sich nun spürbar in der unzureichenden Bekleidung der Soldaten. Gangl notierte in sein Tagebuch, dass dieser Winter auch der lokalen Zivilbevölkerung zu schaffen machte. Teilweise zwängten sich 24 Soldaten in einen Raum. Schlaf war nur ein hockender Stellung oder Stehen möglich. Mit Wirkung vom 1. November 1941 wurde Josef Gangl zum Oberleutnant befördert. Die 25. Infanteriedivision kämpfte Anfang Dezember 1941 etwa 50 Kilometer nordöstlich von Tula bei Venev. Diese Kleinstadt liegt nur noch 180 Kilometer von Moskau entfernt. Ab dem 4. Dezember 1941 begann die sowjetische Gegenoffensive. Venev wurde am 9. Dezember 1941 von der Roten Armee befreit. Die 25. Infanteriedivision war gezwungen sich kämpfend in Stellung bei den Flüssen Susha und Oka zurückzuziehen. Gangls Batterie konnte durch entschlossenes Handeln mehrmals Angriffe der Roten Armee auf die Stellung der 25. Infanteriedivision eindämmen. Hierfür wurde Josef Gangl am 12. Februar 1942 das Eisene Kreuz 1. Klasse verliehen. Es ist nicht verwunderlich, dass man bei der Aufstellung der motorisierten Werferbatterie am 5. Mai 1942, welche mit 6 15 cm Nebelwerfern 41 ausgestattet war, auf den erfahrenen Oberleutnant Josef Gangl als Batteriechef zurückgriff. Die Batterie kämpfte von Mai 1942 bis zur Auflösung im November 1943 an der Ostfront. Aus dieser Zeit ist eine einzigartige Chronik in Versform mit handgezeichneten Bildern erhalten, die viel von der Kameradschaft, dem Leben der Soldaten, aber auch von den Verlusten in jener Zeit erzählt. Gangl findet in der Chronik oft Erwähnung. Er war beliebt, da er selbstständig und eigenverantwortlich handelte, besonders aber, weil er selbst mal als Kanonie angefangen hatte und daher über ein gutes Gespür für die Truppe verfügte. Diese Chronik beginnt im Mai 1942 in Horell um den Umzug von dort nach Bolchow. Dass so kurz nach Aufstellung der Batterie noch nicht alles rund lief, beweist folgender Eintrag. Beim Umzug gab es viel Ach und W, 6 Werfer nur ein LKW. Denn bei der Werfereinheit Gangl herrschte noch großer Fahrzeugmangel. Im Süden versuchte die Rote Armee zu dieser Zeit die viertgrößte Stadt der Sowjetunion, Scharkow, zu befreien. Es gelang der Wehrmacht, in einem Gegenangriff die russischen Kräfte in einem Kessel zu umfassen und zur Kapitulation zu zwingen. Während dieser zweiten Schlacht um Scharkow gerät fast eine Viertelmillion sowjetische Soldaten in Kriegsgefangenschaft. Die Voraussetzungen für die deutsche Sommeroffensive waren geschaffen. Die Werferbatterie 53 wurde bis Ende Juli 1943 in den Abwehrkämpfen im Norden und Nordosten von Bolchow eingesetzt. Trotz der schweren Abwehrkämpfe musste Bolchow Ende Juli 1943 geräumt werden, da sich die Rote Armee bereits im Südteil der Stadt befand. Über eine Vielzahl von Stationen im Umfeld von Briansk führten die Absetzbewegungen in den folgenden Monaten. Es kam zu Mangelerscheinungen an Kraftstoff und Munition. Zum Teil wurde die Batterie zum Infanterieeinsatz herangezogen und auch bei der Partisanenbekämpfung eingesetzt. Die Werferbatterie wurde schließlich am 15. November 1943 in Michaelowau aufgelöst. Im März 1944 übernahm Hauptmann Gangl die zweite Abteilung des Werferregiments 83 in Celle. Dem Regiment gehörten drei Abteilungen an, wovon zwei mit 15 cm Werfern 41 und eine mit 30 cm Werfern 42 ausgerüstet waren. Ergänzt wurde das Regiment von zwei Batterien mit Panzerwerfern, umgebauten Opelmaultieren. Gemeinsam mit dem Werferregiment 84 bildete das Werferregiment 83 die Werferbrigade 7. Man befürchtete, dass eine Invasion der Alliierten in Westeuropa unmittelbar bevorstand. Daher verlegte das Werferregiment 83 Anfang Mai 1944 nach Nordfrankreich in den Raum Beauvoir-Graville. Am 6. Juni 1944 landeten die Alliierten Truppen in der Normandie. Einen Tag später wurde das Werferregiment in Alarm versetzt. Beim anschließenden Marsch über Paris in den Raum Caen erlitt das Regiment herbe Verluste an Mensch und Material durch alliierte Jagdbombeangriffe. Dennoch gelang es Feuerstellungen westlich von Caen zu beziehen. Das Regiment wurde der 12. SS-Panzerdivision Hitlerjugend unterstellt. Die Abwehrkämpfe und Caen verliefen zunächst durchaus erfolgreich. Mehrmals wechselte das Regiment die Stellung, stand mal östlich und mal westlich der Orne. Im Raum Malot war das Werferregiment Anfang Juli 1944 an den schweren Kämpfen um Höhe 112 beteiligt. Die zahlenmäßige und materielle Überlegenheit der Alliierten wendete schließlich das Blatt. Mit der nach Süden zurückweichenden Front wurde auch das Werferregiment 83 Anfang August 1944 in Richtung Falaise gedrängt. Es purzog Stellung auf beiden Seiten der Nationalstraße 158 und griff von dort in die Abwehrkämpfe ein. Die Alliierten bereiteten ihre Vorstöße mit Flächenbombardements der deutschen Stellung vor. So ebneten in der Nacht vom 7. auf den 8. August 1944 über 1000 Alliierte Bomber die spätere Formastraße Richtung Falaise ein. In der Folge konnten die Alliierten ein Geländegewinn von 13 Kilometer erzielen. Der Preis auf deutscher Seite war hoch und nicht mehr zu kompensieren. 560 Tote und 1600 Verwundete waren zu beklagen. Im Rahmen der Kämpfe zwischen Caen und Falaise fiel auch der Panzerkommandant Michael Wittmann. Was folgte war der Kessel von Falaise. Dieser wurde mit dem Verlauf der Kämpfe zunehmend kleiner und hat am 18. August 1944 zwischen Falaise und Chamboy nur noch eine Breite von 8 Kilometern. Diese Fläche wurde durch die Alliierten permanent mit Artillerie und Tieffliegern bombardiert. Der Oberbefehlshaber der Alliierten Streitkräfte in Nordwesteuropa Dwight D. Eisenhower schrieb später in seinen Memoiren, dass man auf diesem Schlachtfeld stellenweise hunderte von Metern auf abgestorbenem und verwesenem Fleisch ging. Nach dem geglückten Ausbruch aus dem Kessel zog sich das Werferregiment 83 über die Seine nach Beauvoir und Hisson bis nach Lüttich in Belgien und anschließend über die Reichsgrenze zurück. Dieser Rückzug verlief keineswegs geordnet. So waren Angehörige des Regimentes sowohl über Belgien als auch die Niederlande versprengt. Im November 1944 wurde das Werferregiment als Teil der Volkswerferbrigade 7 in Uelzen neu aufgestellt. Die Werferregimenta 83 und 84 bezogen am 15. Dezember 1944 Stellung im deutsch-belgischen Grenzgebiet. Von dort unterstützten sie am 16. Dezember 1944 jenen Artillerieschlag mit dem die Adennen Offensive begannen. Es gelang zunächst die US-Truppen zu überrumpeln. Um der 5. Panzerarmee Feuerschutz zu geben bezog die Volkswerferbrigade 7 Stellung am östlichen Stadtrand von Saint-V. Am 26. und 27. Dezember 1944 wurde die Werferbrigade über die Reichsgrenze zurück in den Raum 2 Brücken-Mittelbach verlegt. Sie kämpfte im Januar und Februar 1945 bei der Verteidigung Saarbrückens gegen die 7. US-Armee. Infolge dieser Kampfhandlung wurde Gangl mit Wirkung vom 1. März das Deutsche Kreuz in Gold verliehen. Ebenfalls mit Wirkung vom 1. März wurde er zum Major befördert. Auf dem Rückzug durchquerte Gangls 2 Abteilung am 29. und 30. März 1945 Ludwigsburg. Sie war zahlenmäßig stark geschrumpft, sämtliche Werfer waren verloren. Die wenigen verbliebenen Fahrzeuge liefen gerade noch so. Major Gangl als Realist wusste, dass die Wehrmacht geschlagen war und der Zusammenbruch des Dritten Reiches unmittelbar bevorstand. Er hatte den Anschluss gefasst, dass kein Mann mehr geopfert wird. Dieser Grundsatz wurde wenig später im Raum Augsburg gleich mehrmals auf die Probe gestellt. So befahl der Regimentskommandeur Oberstleutnant Knospe am 24. April 1945, dass Gangl drei Stoßtrupps in Richtung Günzburg mobilisieren solle, um das 13. SS-Armeekorps dort herauszuholen und in den Brückenkopf Augsburg zurückzuführen. Gangl entgegnete ungehalten, dass er wegen dieses SS-Haufens nicht einen Mann losschickt. Unter der Androhung seiner Erschießung lenkte der Major schließlich ein. Die Stoßtrupps brachen auf. Jedoch bewegten diese sich in Richtung München und damit genau entgegengesetzt zur befohlenen Marschrichtung. Am 25. April 1945 erteilte Oberstleutnant Knospe dem Befehl, dass die zweite Abteilung gegen jene feindlichen Kräfte vorgehen solle, die bei Lager Lechfeld über den Lech übergesetzt hatten. Das Himmelfahrtskommando vor Augen weigerte sich Gangl erneut. Wiederum stellte man ihm Pistole oder Strang in Aussicht. Die zweite Abteilung rückte aus, verschwand aber irgendwo im Gelände. Die erste Abteilung, die denselben Befehl erhalten hatte, er ging es schlecht. Viele Soldaten einschließlich deren Kommandeur verloren ihr Leben. Leutnant Blech Schmidt, Ordnanz-Offizier und der Gangl notierte in seinem Tagebuch, dass Gangl vom sinnlosen Verlust dieser Männer sehr bewegt war und immer wieder sprach, musste das noch sein? Der verbliebene Rest des Regimentes fuhr am 26. April 1945 durch München weit in Richtung Rosenheim. Am 27. April erreichten sie Göttingen. Die Menschen dort waren aufgebracht. Seit Januar hatte sich eine SS-Einheit im Dorf aufgehalten, war von der Bevölkerung zwar nicht überschwänglich aber durchaus gastfreundlich behandelt worden. Nur einen Tag vor dem Eintreffen von Gangls Abteilung war die SS abgezogen. Nicht ohne vorher den Pfarrer und den Lehrer des Dorfes mit einem Genickschuss hinzurichten. Überrascht musste Gangl am selben Tag feststellen, dass der Regimentskommandeur Oberstleutnant Knospe gemeinsam mit anderen Offizieren verschwunden war. Damit unterstand ihm nun der klägliche Rest des Regiments. Die geworne Freiheit wurde noch am Abend gebührend gefeiert. Am 28. April 1945 beschlossen die Offiziere des Regimentes gemeinsam weiter nach Tirol zu fahren. In Wörgel wollte man warten bis eine günstige Gelegenheit zur Kapitulation bestand. Die Fahrzeuge des Regimentes fuhren über die frühere österreichische Grenze durch das Achental und über Jenbach in das Inntal. Mit der Freiheit war es schnell vorbei. Das Territorium war zur Alpenfront Nordwest erklärt worden. Gangl und die Männer seiner zweiten Abteilung, die keineswegs die Absicht hegten an weiteren Kampfhandlungen teilzunehmen, wurden kurzerhand der Kampfgruppe Giel zugeteilt. Teil 2 Der Widerstand In Tirol entstand unter dem Eindruck des bevorstehenden Einmarsches der Amerikaner ein gefährlicher Hexenkessel. Die Bevölkerung und eine Vielzahl von Wehrmachtsangehörigen sehnten ein schnelles Ende des Krieges herbei. Fanatische Einheiten der SS verbreiten eine Atmosphäre der Angst auf ihre Suche nach Gegnern des Nationalsozialismus und Defetisten unter den Soldaten der Wehrmacht. Als Major Gangl am Abend des 30. April 1945 mit seinem Kübelwagen vor dem Gasthaus Neuner in Wörgl vorfährt, wird er von Frau Meyer angesprochen, die sich bei ihm erkundigt Wunderwolle. Er antwortet, dass er am liebsten heimfahren würde zu seiner Frau und den Kindern. Frau Meyer war die Frau von Alois Meyer, den Kopf der Widerstandsgruppe in Wörgl. Sie muss schnell Vertrauen zu Josef Gangl geschöpft haben, denn wenig später kehrte er in die Wohnung der Familie Meyer zu einer gemeinsamen Besprechung ein. Die beiden Parteien riskierten bei dieser Kontaktaufnahme ihr Leben. Dem Widerstand im Umfeld von Wörgl gehörten etwa 80 Personen unterschiedlichster Berufsstände an. Bislang hatte man sich im Verborgenen auf die Beschaffung von Informationen und Waffen sowie das Verstecken von Deserteuren konzentriert. Ein ranghoher Offizier wie Gangl, der dem Stab der Kampfgruppe Giel angehörte, war für den Widerstand von erheblichem Wert. Alois Meyer und Josef Gangl wurden sich schnell einig, dass die Verteidigung von Wörgl um jeden Preis verhindert werden musste, um die Zivilbevölkerung zu schützen. Die Brücken und Straßen sollten möglichst unbeschädigt in die Hände der Amerikaner fallen. Alois Meyer berichtete dem Major auch von den politischen Häftlingen auf Schloss Itter. Jedes Schloss aus dem 19. Jahrhundert steht auf einem Plateau etwa 8 km östlich von Wörl knapp unterhalb der Ortschaft Itter. Das Schloss wurde von der SS als Außenlager des Konzentrationslagers Dachau betrieben. Seit Mai 1943 waren dort einige französische Ehrenhäftlinge eingesperrt. Diese Menschen hatten für das Dritte Reich einen potentiellen Wert sowohl als Geiseln als auch als politische Verhandlungsmasse und wurden deshalb unter halbwegs humanen Umständen beherbergt. Unter ihnen befanden sich mit Édouard Daladier und Paul Renan gleich zwei frühere Premierminister Frankreichs. Auch die französischen Militärbefehlshaber während des Frankreich-Feldzuges General Maurice Gamelin und General Maxime Weigand hatte man hier inhaftiert. Hinzu kamen Persönlichkeiten wie die Schwester von Charles de Gaulle, Marie Agnes Callius und ihr Ehemann Alfred, der Tennisstar Jean Borotra, der Gewerkschaftsführer Leon Jean Borges und andere. Während die Ehrenhäftlinge gewisse Privilegien genossen wurden die bediensteten sogenannten Nummernhäftlinge aus dem Konzentrationslager Dachau brutale Willkür zuteil. Großen Anteil hieran hatte der Kommandant des Schlosses SS-Hauptsturmführer Sebastian Wimmer. Dieser war in den Rängen der SS-Totenkopfverbände als früherer Polizei-Wachtmeister rasch aufgestiegen und tat sich durch besondere Grausamkeit hervor. Sein Lebenslauf enthielt die Stationen Meidneck und Dachau. In beiden Lagern hat er sich bis zum Schutzhaftlagerführer entwickelt und war damit unmittelbar für die Aufrechterhaltung des Lagerbetriebes verantwortlich gewesen. Mit dem Wissen um die Gefangenen auf Schloss Itter fasste Major Gangl den Entschluss, dass diese schnellstmöglich befreit werden müssten. In der Folge führte Josef Gangl ein gefährliches Doppelleben. Sein Regiment war zur Verteidigung eines Passes nach Landl beordert worden. Um unbehelligt zwischen Landl und Wörgl pendeln zu können, ließ er im Haus der Familie Meier einen Meldekopf des Regimentes einrichten. Während man also am Pass die Etablierung einer Verteidigung vortäuschte wurden Vorbereitungen für die Befreiung der Häftlinge auf Schloss Itter getroffen. Ganze Wagenladungen mit Waffen und Munition ließ Gangl in einem verlassenen Bauernhaus in Kelchsau verstecken. Zwischenzeitlich blieb den Augen und Ohren des Widerstandes nicht verborgen, dass die paramilitärische Bautruppe Organisation TOT tonnenweise Dynamite heranschaffte um Brücken und Straßen zu stören. Major Gangl konnte dies nicht unterbinden, dokumentierte jedoch die Standorte der zur Sprengung vorgesehenen Infrastruktur. Während in Wörgl die Bemühungen des Widerstandes Fahrt aufnahmen überschlugen sich auf Schloss Itter die Ereignisse. Schon seit einiger Zeit nutzten ranghohe SS-Offiziere mitsamt ihrer Familien das Schloss als Durchgangsunterkunft auf der Flucht. Am 30. April 1945 quartierte sich jedoch ein besonderer Gast ein. Es handelte sich um SS-Obersturmbannführer Wilhelm Eduard Weiter, den letzten regulären Kommandanten des Konzentrationslagers Dachau. Vor Ort brüstete er sich mit den Worten, er persönlich habe vor seinem Abgang aus Dachau die Hinrichtung von rund 2000 Häftlingen befohlen. Unter den Gefangenen auf dem Schloss löste diese Bemerkung verständlicherweise pure Angst aus. Überraschend erschoss sich der Obersturmbannführer am frühen Morgen des 2. Mai jedoch selbst. Die Beweggründe hierfür sind nicht bekannt, dürften aber wohl kaum im aufkeimenden Gewissen des Lagerkommandanten begründet sein, sondern vielmehr in der Angst vor der Verurteilung und Hinrichtung als Kriegsverbrecher gelegen haben. Sein Leichnam wurde außerhalb der Schlossmauer in einem schlichten zusammengezimmerten Sarg vergraben, da der Dorpfarrer seine Beerdigung in geweihter Erde verwehrte. Am 3. Mai verschwand der kroatische Häftling Zwonko Tchukovic. Der Schlosskommandant Wimmer betraute ihn des Öfteren mit Besorgung und war offensichtlich von seiner Hörigkeit überzeugt. Wimmer erteilte Tchukovic den Auftrag mit dem Fahrrad nach Mühltal zu fahren, um dort in einem Bauernhaus Elektroarbeiten zu verrichten. Jenes Bauernhaus hatte sich der Hauptsturmführer bereits als Versteck für die Nachkriegszeit vorbereitet. Als Tchukovic nicht zurückkehrte packte er den schon vom Selbstmord weiteres angeschlagenen Wimmer die Angst. Gemeinsam mit seiner Frau verließ am Morgen des 4. Mai 1945 fluchtartig das Schloss. Zuvor hatte er sich von einigen der Ehrenheftlinge noch deren korrekte Behandlung quittieren lassen. Im Gegenzug versprach er die Häftlinge vor eventuellen Racheaktionen der umherziehenden Waffen-SS zu schützen. Wenig später setzte sich auch die restliche Wachmannschaft des Schlosses ab. Die Häftlinge waren damit sich selbst überlassen. Tchukovic radelte indes nicht nach Mühltal sondern in entgegensetzte Richtung nach Innsbruck. Im Gepäck hatte er einen in englisch verfassten Brief mit einem Hilferuf der Ehrenhäftlinge den er den Alliierten übergeben wollte. Dass er Innsbruck lebend erreichte grenzte an ein Wunder. Mehrfach wurde er auf seinem Weg durch die SS kontrolliert, konnte mit dem Verweis auf Wimmers Anordnung aber stets weiterfahren. Letztlich erreichte er völlig erschöpft die 103. US Infanteriedivision die gerade mit der Sicherung von Innsbruck beschäftigt waren. Die Häftlinge auf Schloss Itter bedienten sich währenddessen in der Waffenkammer und unternahmen vorsichtige Erkundungsausflüge in Richtung des Dorfes. Obwohl aus vielen Fenstern bereits weiße und österreichische Faden hingen, erblickten die Ausflüge auch deutsche Fahrzeuge. Die schiere Anzahl der Truppen und Waffen machte den Häftlingen schließlich klar, dass sie sich keineswegs in Sicherheit wiegen durften. Man rechnete nach einiger Zeit damit, dass Csukovic Innsbruck nicht erreicht habe. Daher entsendeten die Häftlinge den tschechischen Koch Andreas Kobot mit dem Fahrrad und einem weiteren Brief nach Virgil in der Hoffnung, dieses sei bereits von den Amerikanern befreit worden. In ihrer Verzweiflung holten die Häftlinge sich zu Fuß Hilfe von ungewöhnlicher Seite. In Itter erholte sich Kurt Siegfried Schrader, ein hoch dekorierter SS Hauptsturmführer von seinen Verletzungen, die er bei einem Jagdbomberangriff auf seinen Kübelwagen bei Caen im Juli 1944 davongetragen hatte. Den Häftling war durch einige Besuche auf Schloss Itter bekannt, wo er im Verborgenen kein Hehl aus seiner Einstellung gegenüber Hitler und dem Dritten Reich machte. Für ihn standen der Schutz seiner Familie und das Überleben des Krieges im Vordergrund. Tatsächlich begab sich Schrader auf Bitten der Häftlinge zum Schloss und übernahm dort das Kommando. Von Schrader versprachen sich die Häftlinge, dass er im Fall eines deutschen Angriffes zumindest Verhandlungen über ihr Schicksal führen könnte. Am 3. Mai 1945 stieß die 12. US-Panzerdivision aus Richtung Rosenheim-Kompt nach Kufstein vor. Teile der Kampfgruppe Giel nahmen nördlich von Kufstein den Kampf auf, wurden aber vernichtet. Dies veranlasste die Führung der Alpenfront Nordwest dazu, die verbliebenen Wehrmachtssoldaten aus Wörgl abzuziehen und nach Osten zu verlegen. Als die Wehrmacht Wich erschienen verschiedene mannstarke Einheiten der Waffen-SS in Wörgl und der näheren Umgebung, was die Situation vor Ort erheblich verschärfte. Der Widerstand um Alois Meyer war in großer Sorge, dass die SS nun unter der Bevölkerung ungehindert wüten könnte. Aus einigen Fenstern hingen bereits weiße Flacken, in freudiger Erwartung der Amerikaner. Gangl entschied selbstlos mit seinen Männern in Wörgl zu bleiben, um die Zivilbevölkerung vor Übergriffen zu schützen. Am Vormittag des 4. Mai 1945 wurde ihm von den Widerstandskämpfern ein stark mitgenommener Mann vorgeführt. Es handelte sich um Andreas Krobot, den Koch von Schloss Itter. Dieser berichtete von den Ereignissen auf dem Schloss und übergab das für die Amerikaner bestimmte Schreiben. Josef Gangl war bewusst, dass die ihm zur Verfügung stehenden Kräfte das Schloss Itter nicht gegen einen entschlossenen Angriff der SS verteidigen können würden. Schon der Schutz von Wörgl war ein schwieriges Unterfangen. Wie zur Bestätigung brach im Ort ein Feuergefecht aus. Die SS hatte ein Waffenversteck des Widerstandes im Gasthof Neue Post aufgespürt und die Wachen in die Flucht geschlagen. Ein Obersturmführer schoss wie von Sinnen im Gasthof herum und drohte die Besitzerin und einige Gäste zu erschießen. Die gefundenen Waffen wurden schließlich von der SS fortgebracht. Ohne Skrupe drohte die SS damit, Wörgl mit der Artillerie zu beschießen, wenn die Bevölkerung die weißen Farben nicht einzog. Die Stadt hatte sich einen Pulverfass verwandelt. Angehörige der Heeresartillerieabteilung plünderten das Lagerhaus eines Lebensmittelgroßhändlers. Der Widerstand konnte die Plünderer gemeinsam mit Gangl's Männer vertreiben und das Lager sichern. Zur Vorsicht ließ Alois Meyer die nach Kelchsau gebrachten Waffen nach Wörgl holen. Die Amerikaner mussten so schnell wie möglich nach Wörgl kommen und auch die Prominenz auf Schloss Itter sichern. Josef Gangl brach dahin Begleitung seines Fahrers mit dem Kübelwagen nach Kufstein auf. Eine weiße Flagge befand sich im Gepäck genauso wie das Schreiben der Ehrenhäftlinge. Mit dem Hissen der Flagge würde man aber vorsichtshalber bis Kufstein warten. Tatsächlich legten sie die 15 Kilometer bis dorthin ohne Zwischenfälle zurück. Die Stadt wirkte verlassen. Als sie in Richtung Stadtmitte abbogen standen plötzlich vier Sherman Panzer vor ihnen. Zwei auf jeder Straßenseite. Gangl und sein Fahrer hoben die Hände. Die GIs gaben ihnen zu verstehen, dass sie aussteigen und hinter den Panzer auf die Knie gehen sollten. Dort wurden sie durchsucht und anschließend befragt. Gangl gelang es sich dem ranghöchsten amerikanischen Soldaten Captain Jack Lee in Englisch vorzustellen. Er erklärte, dass er der deutsche Militärbefehlshaber von Virgil sei und die Stadt kampflos übergeben wolle. Des Weiteren berichtete er von den Ehrenhäftlingen auf Schloss Itter und übergabte ihren Schreiben. Captain Lee überflog dies kurz und kletterte anschließend seinen Panzer. Wenig später schaute er vom Turm herab. Mit einem grinsenden Gesicht meinte er, dass es ganz danach aussähe, als würde er jetzt auf eine Rettungsmission gehen. Teil 3 – Die Belagerung Captain Lee waren für eine Task Force bestehend aus Sherman Panzer des 23. US-Panzerbataillons und Halbkettenfahrzeuge des 17. US-Panzerinfanteriebataillons. Sie bildeten die Speerspitze der 12. US-Panzerdivision und waren mit der gefährlichen Aufgabe betraut, deren Vormarschroute auszukundschaften und zu sichern. Als die Task Force am Nachmittag des 4. Mai 1945 in Kufstein einrückte, stieß sie auf keinen Widerstand. Der Befehl des Bataillonskommandeurs, Lieutenant Colonel Kelso Clow, hatte daher gelautet in Kufstein zu bleiben bis die Stadt an die 36. US-Infanteriedivision übergeben werden könnte. Das war bevor Major Gangl und sein Fahrer auftauchten. Per Funk erhielt Captain Lee von seinem Bataillonskommandeur die neue Anweisung, die Situation in Wörgl und Schloss Itter nach eigenem Ermessen anzugehen. Bevor Lee seine Task Force in Gefahr brachte, wollte er sich jedoch selbst ein Bild von der Lage machen. Kurzer Hand stieg auf den Rücksitz des Kübelwagens begleitet von einem seiner Männer. Ohne Wissen von Captain Lee und Major Gangl hatte sich aus Innsbruck bereits eine Rettungstruppe unter dem Befehl von Major Kramer von der 103. US-Infanteriedivision auf den Weg gemacht. Anlass hierfür war der von Dschukowitsch überbrachte Hilferuf. Die von Kramer mobilisierten drei Sherman-Panzer des 783. Panzerbataillons fuhren durch Hall, Schwedz und Jenbach wurden jedoch vor Rattenberg durch andere GIs aufgehalten. Soldaten des 409. US-Infanterie-Regiments bekämpften dort Kräfte der Waffen-SS, die mit einer Panzerabwehrkanone bereits zwei Halbkettenfahrzeuge und einen Sherman-Panzer zerstört hatten. Kramer und seine Sherman-Panzer mussten umkehren. In Innsbruck setzte er jedoch alle Hebel in Bewegung um eine wesentlich größere Rettungstruppe zu mobilisieren. Der Kübelwagen mit seinen ungewöhnlichen Fahrgästen fuhr indessen nach Wörl. Es gab zu keinen Beeinträchtigungen. Die Wehrmachtssoldaten auf dem Weg der Fahrgemeinschaft kannten Major Gangl und standen zu ihm. Unterwegs machte man mehrmals Halt um Brücken und Sprengsätze zu untersuchen. Gangl ließ seine entdeckte Ladung umgehend entfernen. In Wörgl angekommen nahm Captain Lee die kampflose Übergabe der Stadt formell an. Er gestattete, dass Gangls Männer ihre Waffen zum Schutz der Bevölkerung vor der SS behalten durften. In Begleitung eines LKW mit weiteren Männern machte sich der Kübelwagen mit den kuriosen Fahrgemeinschaften anschließend nach Itter auf. Den direkten Weg konnte man nicht fahren, da dieser durch Straßensperren der SS gesichert war. Auf schlecht befestigten Schleichfaden gelangte der kleine Konvoi schließlich nach Itter. Im Dorf kam ihnen Hauptsturmführer Schrader entgegen. Er beteuerte die Verantwortung für die Sicherheit der Gefangenen auf dem Schloss übernommen zu haben. Major Gangl war der Hauptsturmführer aus der Kampfgruppe Giel bekannt. Daher verbirgte er sich für ihn. Captain Lee forderte Schrader auf seine Familie ins Schloss zu holen. Amerikanische Truppen würden in Kürze eintreffen. Im Anschluss setzte der Konvoi seine Fahrt zum Schloss fort. Die Gefangenen auf dem Schloss begrüßten die Wehrmachtsfahrzeuge mit vorgehaltenen Waffen. Diese wurden jedoch rasch gesenkt als sich Captain Lee als amerikanischer Offizier zu erkennen gab. Viel mehr als das Versprechen, dass er mit einer Rettungstruppe zurückkehren würde, konnte der Captain nicht geben. Als kleine Sicherheit blieben jedoch einige Männer aus Gangls Regiment auf dem Schloss. Captain Lee und Major Gangl fuhren mit dem Kübelwagen zurück nach Kufstein, das sie ohne Zwischenfälle erreichten. In Kufstein mobilisierte Lee die Besatzung seines Panzers Besotten Jenny, zu deutsch Betörende Jenny. Ein Sherman Easy 8 mit der 76mm Kanone. Das Kommando über den zweiten Sherman-Panzer Bochbuster, sinngemäß Krautvernichter, übernahm seinen Freund Harry Bays. Weitere fünf Panzer organisierte Captain Lee vom 753. US-Panzerbataillon. Colonel George E. Lynch stellte drei Schützengruppen des 142. US-Infanterie-Regiments für die Rettungsaktionen bereit und versprach, das 2. Bataillon werde Lee unmittelbar folgen. Amman brach die Kolonne auf, voran fuhr Besotten Jenny, dicht dahinter ihr Bochbuster, dann die fünf Sherman des Panzerbataillons und als Schlusslicht der Kübelwagen von Major Gangl. Zur Sicherheit hatte man diesen an den Seiten mit einem US-Stern versehen. Auf den heckseitigen Motorhauben der Sherman-Panzer saßen die Infanteristen der drei Schützengruppen. Das schiere Gewicht der Panzer war zu viel für die Brücke über die Brixenthaler Acht, kurz hinter Kufstein. Die Panzer der Taskforce Lee und zwei Panzer des Panzerbataillons kamen noch hinüber, dann begann die Brücke einzustürzen. Schweren Herzens schickte Lee die restlichen drei Sherman und die aufgesassene Infanterie nach Kufstein zurück. Nach einer Stunde Marsch erreichte der Konvoi Werger. Dort bat er Widerstand um Verstärkung. Captain Lee ließ die beiden Panzer und die aufgesessenen GIs im Ort zurück. Den Verlust legt Major Gangl durch einen LKW mit Wehrmachtssoldaten seines Regimentes aus. Die Rettungstruppe die sich nun zum Schloss Itter auf den Weg machte, bestand aus zwei Sherman mit je fünf Mann Besatzung, vier amerikanischen Infanteristen, einem Kübelwagen und einem LKW mit in Summe zehn deutschen Soldaten. Auf der Brixenthaler Straße fuhr die Kampfgemeinschaft Richtung Südosten und machte schließlich vor einer Brücke halt, die über die Brixenthaler Acht weiter in Richtung Osten führte. Auch hier hatte man bereits Sprengsatz angebracht. Lee ließ Bochbuster zurück, um diese zu entschärfen und die Brücke als Rückzugsweg zu sichern. Sein Freund Harry Bays gesellte sich zu den vier Infanteristen auf Bissotten Chaney. Nachdem die Fahrzeuge die Brücke überquert hatten, mussten sie einen Umweg in Richtung Hopfgarten in Kauf nehmen, da der direkte Weg durch einen Bergzug versperrt wurde. Man bog schließlich scharf nach links in die Itterstraße ab. Im Wald am Nordrand von Hopfgarten beschrieb die Straße eine schlecht einsehbare S-Kurve. Plötzlich tauchten Kräfte der Waffen-SS im Sichtfeld auf, die offenbar gerade eine Straßensperre errichteten. Vom Heck des Sherman-Panzers eröffneten die GIs das Feuer, unterstützt durch den Bordschützen und Gangelsmänner. Die SS kamen nicht dazu das Feuer zu erwidern und türmte in den Wald. Mit Vollgas setzten die Fahrzeuge ihre Fahrt nach Itterfort. Im Ort bog der Konvoi in den Schlossweg ab. Captain Lee ließ dem Kübelwagen und dem LKW mit den restlichen Wehrmachtssoldaten den Vortritt, damit diese noch über die Brücke ins Schloss fahren konnten. Wesentlich schwieriger wurde es für Pissotten Chaney. Diese musste auf dem schmalen Weg drehen, damit die gepanzerte Front und das Hauptgeschütz Richtung Itter zeigten. Der Plan war den Sherman im Rückwärtsgang über die Brücke in das Torhaus des Schlosses zu fahren. Vorsichtshalber blieben nur der Fahrer und Captain Lee im Panzer. In aller Vorsicht gelang es die etwa 6 Meter lange Brücke über den Graben zwischen Schloss und Dorfplateau zu überwinden. Die Brücke war für dieses Gewicht nicht ausgelegt, sodass sich erst Bruchstücke lösten und herabfielen. Der Schlossseite musste die zweite Hälfte der Brücke überquert werden. Die Brücke beschrieb dort eine leichte Kurve und verengte sich von 3,5 auf nur noch 3 Meter Breite. Viel Spielraum war für die 2,60 Meter Breite Bissotten Chaney also nicht vorhanden. Mit einigem Können gelang das Manöver und der Fahrer buxierte den Panzer ein Stück weit in den Schutz des Tores. Im Schlosshof erwartete die Amerikaner ein überschwänglicher Empfang durch die französischen Gefangenen. Dieser kühlte jedoch schnell ab als klar wurde die wenigen Soldaten das Schloss erreicht hatten. Es galt keine Zeit zu verlieren, denn die Dunkelheit setzte bereits ein und wichtige Vorkehrungen mussten getroffen werden. Außer Hörweite der Franzosen berichtete Hauptstromführer Schrader Captain Lee von den Beobachtungen, die die kleine Garnison tagsüber aus den oberen Stockwerken des Schlosses herausgemacht hatte. Von Norden, Westen und Süden bewegten sich am Nachmittag feindliche Kräfte auf das Schloss zu. Zwei Pak 40 hatte man erkannt. Eine war im Osten des Schlosses auf einem Höhenzug in Stellung gegangen. Die andere befand sich im Südwesten auf einer Lichtung. Beide konnten das Schloss auf dieser Entfernung problemlos beschießen. Liebe fahrt allen Zivilisten sich in den Keller des Schlosses zu begeben. Dies sorgte für einigen Unmut unter den französischen Würdenträgern, wurde letztlich aber hingenommen. Die Offiziere der Rettungstruppe kamen im Anschluss zu einer Lagegesprechung zusammen. Eine Flucht aus dem Schloss war wegen der feindlichen Kräfte in der näheren Umgebung zu waghalsig. Auch fehlten Fahrzeuge um wirklich alle Menschen schnell vom Schloss evakuieren zu können. Man würde das Schloss also verteidigen müssen bis das 2. Bataillon des 142. US Infanterieregiment eintraf. In Summe bestand die Garnison nun aus 25 Soldaten die es strategisch klug zu positionieren galt. Als Schloss Itter noch in der Hand der SS war hatte man großzügig Stacheldraht am Fuße des Berges verlegt. Diese müssten Angreifer die von Norden, Westen oder Süden vorrückten zunächst überwinden um dann bergauf gegen das Schloss anzubrennen. Von den Mauern des Schlosses könnten die derartig exponierten Angreifer sofort unter Feuer genommen werden. Sollten feindliche Kräfte von Osten vorrücken, dann müssten sie über eine schmale Brücke kommen an deren Ende Bissotten Jenny wartete. Josef Gangl wurde die Verantwortung übertragen die Verteidigung aus dem Bergfried und dem nahegelegenen Hauptgebäude heraus in Blick Richtung Süden zu organisieren während Schrader den Norden übernahm. Weitere deutsche Soldaten wurden auf den Schlossturm befohlen um von dort die Umgebung zu beobachten. Die Amerikaner richteten ihre Verteidigung im Torhaus des Schlosses ein. Lee stellte fest, dass der Sherman Panzer in seiner gegenwärtigen Position nur den Osten mit dem Hauptgeschütz abdecken konnte. Also ließ er ihn ein Stück weit aus dem Tor herausfahren damit ihre schwerste Waffe auch im Süden und Westen wirken konnte. Bissotten Jenny war nun weithin als Ziel zu erkennen. Es war ein riskanter Kompromiss. Um Angriffen mit Panzerfäust vorzubeugen ließ Captain Lee einen Browning Kaliber 30 aus dem Sherman Panzer ausbauen und im Obergeschoss des Torhauses in Stellung gehen. Am frühen Morgen des 5. Mai 1945 wurde die Verteidigung des Schlosses auf ihre erste Probe gestellt. Ein GI im Wachturm auf der Westseite des Torhauses war auf verdächtige Bewegung in der Nähe der Grundmauern aufmerksam geworden und eröffnete das Feuer mit seinem M1 Garand. Offenbar hatten vier Männer der Waffen-SS ausgerüstet mit Seilen und Kletterhaken den Stacheldraht überwunden und waren den Hang hinaufgeschlichen. Nun mal aufgeflogen türten die Soldaten in den Waldhang abwärts. Wie zur Antwort bestrich ein MG42 vom Waldrand des östlichen Höhenzuges den Wachturm mit Leuchtspurmunition. Weitere Schüsse kamen aus einem Gasthaus am Schlossweg. Das Browning M2 Kaliber 50 auf dem Turm von Besotten Jenny erwiderte das Feuer auf die erkannte Position des MG42. Die GIs im Obergeschoss des Torhauses schossen mit dem Maschinengewehr Kaliber 30 auf ihre Ziele hinter den Fenstern des Gasthauses. Der Schusswechsel kam schließlich zum Erliegen, was den Verteidigern von Schloss Itter eine kurze Verschnaufpause gab. Nur zwei Stunden später eröffnete ein junger Soldat aus Gangels Regiment mit seiner MP40 das Feuer aus einem in Richtung Süden blickenden Fenster des Bergfriedes. Er hatte beobachtet wie drei Angehörige der SS ein Drahtindernis durchschnitten und sich dem Schloss näherten. Ihren Feuerschutz übernahm ein MG42 welches ca. 100 Meter bergabwärts an einer Waldecke positioniert war. Die Projektile des Maschinengewehrs bestrichen die Südseite des Schlosses. Getroffen stürzte der deutsche Soldat am Fenster des Bergfriedes zu Boden. Lee und Gangl eilten zu seiner Position und zogen ihn aus dem Gefahrenbereich. Die Browning M2 nahmen die Stellung des MG42 unter Feuer. Die Kräfte der SS zogen sich schließlich in den Wald zurück. Die Offiziere der kleinen Schlossgarnison waren sich einig, dass die SS bislang nur kleine Vorstöße unternommen hatte um Schwachstellen in der Verteidigung auszumachen. Ein entschlossener Angriff in größerer Mannstärke würde höchstwahrscheinlich nicht zukünftig ausgehen. Man hoffte also auf das schnelle Eintreffen des von Colonel Lynch versprochenen 2. Bataillons des 142. US Infanterieregimentes. Dieses Bataillon unter dem Kommando von Colonel Coyle war am Morgen des 5. Mai 1945 in Kufstein aufgebrochen. Es folgte dem 3. Bataillon von Lt. Colonel Simpson welcher bei Kirchbichel auf eine Straßensperre der Waffenwässer stieß. Nach kurzem Kampf gegen deren Verteidiger konnte das Hindernis entfernt werden. Etwas weiter gelangten die Infanteriebataillone zu einer gesprengten Brücke. Innerhalb von 1,5 Stunden schuf das 111. US Pionierbataillon eine alternative Überfahrt. Das 3. Bataillon bog nach Osten in Richtung Söll ab und das 2. Bataillon fuhr weiter in Richtung Wörge. In einer Ortschaft schießt das 2. Bataillon auf einen gewaltigen Krater. Hier hatten die Deutschen mit Sprengladung die gesamte Fahrbahn zerstört. Pioniere füllten diesen Krater innerhalb von einer Stunde auf und ermöglichten somit die Weiterfahrt. In Virgil wurden die GIs vom Widerstand begrüßt. Colonel Coyle ließ vorsichtshalber die Stadt nach feindlichen Kräften durchsuchen, was zu einer weiteren Verzögerung führte. Auch Major Kramer von der 103. US Infanterie Division war in den Morgenstunden des 5. Mai 1945 aufgebrochen. Sein neuer Rettungstrupp bestand aus 4 M10 Jagdpanzern, 3 Jeeps mit Browning M2 sowie einem Zug Infanteristen. Auf halber Strecke zwischen Innsbruck und Virgil wurde der Trupp durch Geschosse einer 8.8 Flak aufgehalten. Kramer hielt über Funk vom Stabschef den Befehl nach Innsbruck zurückzukehren. Die Rettungstruppe war in das Operationsgebiet der 36. US Infanterie Division vorgedrungen, was durchaus gefährliche Folgen haben konnte. Schweren Herzens ließ Kramer die Truppe umkehren, fuhr jedoch auf eigene Faust mit einigen seiner Männer im Jeep weiter in feindliches Gebiet. Am Morgen des 6. Mai 1945 seilte sich einer von Gangel Soldaten vom Schloss ab, nutzte eine Lücke im Stacheldraht und verschwand im Wald. Ob dieser Soldat zur SS überlief ist nicht bekannt. Er brachte die restlichen Verteidigungen des Schlosses, die sich für ihr Überleben aufeinander verlassen können mussten, jedoch in eine schwierige Situation. Lee und Gangel gelang es ihr gegenseitiges Vertrauen aufrecht zu halten. Und das war auch bitter nötig. Denn wenig später erspähte Captain Lee vom Bergfliet aus durch das Fernglas wie im Nordwesten eine 8.8 Flak und eine 20mm Flak Stellung bezogen. Im Süden entdeckte Gangel aus Hopfgarten kommt mehrere Lkw. Aus diesem strömten etwa 150 Soldaten in Tarnuniform. Schrader erkannte auf einem der Lkw eine eiserne Faust. Das Symbol der 17. SS Panzergrenadier Division. Die aufziehende Streitmacht war nicht nur gefährlich für die Männer im Schloss, sondern auch für die vorrückenden Amerikaner. Captain Lee musste seine Kameraden warnen. Leider war das Funkgerät von Pissot & Jenny ausgefallen. Tatsächlich funktionierte das Telefon des Schlosses aber noch. Major Gangel rief Alois Meyer in Wörgl an. Der versprach ihm die Informationen über die aufgestellte Flak und die große Anzahl von Panzergrenadieren weiterzugeben. Gangel beorderte telefonisch noch zwei weitere Soldaten zum Schloss. Mit dem Kübelwagen gelang es ihnen den Großteil der feindlichen Kräfte zu umgehen indem sie von Nordosten über die Itterer Straße zum Schloss fuhren. Der Vollgas und mit ständigem Hupen jagten sie durch Itterer und den Schlossweg entlang. Mit dieser dreisten Aktion gelang ihnen tatsächlich der Durchbruch zu den restlichen Verteidigungen von Schloss Itterer. Dort brach kurz nach dem Eintreffen der kleinen Verstärkung die Hölle los. Die 8-8 Flak nahm den Bergfried unter Beschuss. Aus den umliegenden Wäldern wurde aus zahlreichen Gewehren das Feuer auf die Fenster des Schlosses eröffnet. Die 20mm Flak bestrich den Bergfried. Bissotten Jenny wurde durch einen lauten Aufprall nach hinten verschoben. Wahrscheinlich hatte eine der zuvor beobachteten Pak 40 sie aufs Korn genommen. Das Geschoss durchschlug die obere Wanne vorne links und verfehlte knapp den GI der gerade mit der Reparatur des Funkgerätes beschäftigt war. Er konnte sich noch über den Turm aus dem Panzer retten bevor ein weiteres Geschoss Bissotten Jenny zur Explosion brachte. Die französischen Ehrenhäftlinge hatten den Schutz des Kellers schon seit einiger Zeit verlassen da die Kälte dort ihnen zu schaffen machte. Das bevorstehende Gefecht veranlasste den Großteil der männlichen Franzosen dazu selbst zu den Waffen zu greifen um sich der Verteidigung des Schlosses anzuschließen. Sie bezogen Stellung hinter einer Brüstung im Schlosshof und erwiderten das Feuer in Richtung des Schlossweges. Den GIs im Obergeschoss des Torhauses und hinter der Brüstungsmauer machten der Qualm des zerstörten Sherman Panzers und der ständige Beschuss zu schaffen. Dennoch konnten sie den heranrückenden Feind niederhalten. Inmitten des Kampfes näherte sich Paul Renaud dem offenen Tor. Josef Gangl sah in welcher Gefahr sich der frühere Premierminister Frankreichs begab und eilte zu ihm. Mitten in der Bewegung flog Gangl die Mütze vom Kopf und er stürzte auf den Schlosshof, wo er regelungslos liegen blieb. Ein Scharfschütze der Waffen-SS beendete mit einem Schuss das Leben des Mannes, der den gesamten Krieg an mehreren Fronten durchlebt hatte, der die Verantwortung für eine ganze Stadt übernommen und die Rettung der Ehrenhäftlinge von Schloss Itter organisiert hatte. Die Trauer über den Verlust musste vorerst in den Hintergrund treten. Soldaten der Waffen-SS näherten sich von der anderen Schlossseite. Zur Verstärkung schickte Harry Bays die Franzosen an die Rundmauer, wo sie von einem Leutnant der Wehrmacht ihre Ziele zugewiesen bekamen. Aus dem Schlossturm heraus bekämpften Lee und Schrader unterstützt durch einige Wehrmachtssoldaten effektiv die aus Norden, Osten und Westen vorrückende Gegner. Mit Erschrecken mussten die Verteidiger jedoch feststellen, wie schnell sich ihr Munitionsvorrat dem Ende neigte. Mallorca Kramer war mit seinem Jeep inzwischen auf Bochbuster gestoßen, der noch immer die Brücke über die Brixenthaler Ach sicherte. Der Panzer hatte die Besatzung in den Schutz zweier Gebäude gestellt, sodass er kaum zu sehen war. Einige Widerstandskämpfer verstärkten die Amerikaner, obwohl die Brücke vom Feind unbeherdigt blieb. Dem Major berichteten die Männer, sie hatten in der Dunkelheit die Geräusche von Fahrzeugen wahrgenommen und in den Morgenstunden LKW beobachtet, die sich durch die Berge in Richtung Niederau bewegten. Zu Captain Lee bestand kein Funkkontakt mehr. Über dem Schloss stand eine Rauchsäule und Gefechtslärm war zu vernehmen. Kramer erkundigte sich nach einer anderen Möglichkeit um Kontakt zum Schloss herzustellen. Ein Widerstandskämpfer erklärte sich bereit mit Kramer nach Whirl zu fahren, von wo aus er Captain Lee anrufen könnte. Wenig später hatte Kramer im Rathaus der Stadt telefonischen Kontakt zu Captain Lee. Dieser wies mit eindringlichen Worten darauf hin, dass den Verteidigern des Schlosses das Wasser bis zum Halse stand und ihnen die Munition ausging. Eine Explosion unterbrach die Verbindung. Kramer war fest entschlossen die nötige Hilfe zu organisieren. Vor dem Rathaus fuhren soeben Panzer des 753. US-Panzerbataillons und Halbcapt Fahrzeuge eines US-Infantrieregimentes vor. Ihr Kommandeur Captain Joe W. Jill hatte keinen Befehl zum Schloss vorzurücken. Kramer erfuhr, dass Jills Vorgesetzter Colonel Lynch eben Whirl verlassen hatte. Mit hohem Tempo fuhr Kramer dem Colonel hinterher. Nach 10 Kilometern Fahrt hatte er ihn gefunden. Lynch schickte Kramer mit Befehlen für Captain Jill zurück nach Virgil. Dieser sollte auf gleicher Route wie zuvor Captain Lee zum Schloss vorstoßen. Zwei Kompanien Infanterie würden zeitgleich von Norden her angreifen. In Virgil brachen umgehend drei Schermann-Panzer auf. Es waren jene Panzer die Captain Lee vor einem Tag hinter der maroden Brücke bei Kufstein zurücklassen musste. Drei Züge US-Infanterie in Halbkertenfahrzeugen sowie Kramers Jeep folgte ihnen. Auf dem Weg der Fahrzeugkolonne kamen Jugendliche in Wehrmachtsuniform und Angehörige des Volkssturms mit erhobenen Händen aus den Wäldern angelaufen, die entwaffnet und zu einem Kriegsgefangenenlager bei Kufstein in Marsch gesetzt wurden. Wenige Kilometer außerhalb von Virgil schlug den Amerikanern plötzlich Feuer aus zwei gut ausgebauten Maschinengewehrstellungen entgegen. Die Sherman-Panzer schalteten diese Stellung mit Sprenganaden aus. Zwischen der begleitenden US-Infanterie und den Soldaten der Waffen-SS entbrannte auf dem Weg immer wieder knappe Feuergefechte, die den weiteren Vormarsch bremsten. An der Brücke der Brixenthaler Aach übernahm Bochbasser schließlich die Führung der Kolonne. Die beiden amerikanischen Kompanien, die sich dem Schloss von Norden her nähern sollten, waren überrascht als sie auf Jean Borodra stießen. Der Tennisstar, verkleidet als österreichischer Flüchtling, war während einer Feuerpause von einer Mauer auf der Nordseite des Schlosses gesprungen. Im Sprint lief er zum Wald, wo er mehrere Gruppen von SS-Soldaten umging. Am Waldrand wäre er fast in eine Maschinengewehrstellung hineingestolpert, die eine tödliche Bedrohung für die Amerikaner darstellte, die sich von Westen her näherten. Die Soldaten der Waffen-SS sahen in ihm keine Bedrohung und ließen ihn weiterziehen. Borodra lief durch das hüfthohe Wasser der Brixenthaler Aach und winkte den SS-Männern vom Ufo aus zum Abschied zu. Bei den Amerikanern angekommen wurde Borodra umgehend zu Colonel Lynch gefahren, wo er die Situation auf Schloss Itter beschrieb und die Erkenntnisse zur Stärke und Position des Gegners weitergab. Er bat schließlich um eine amerikanische Uniform und um eine Waffe, damit er sich den beiden Kompanien im Norden von Schloss Itter anschließen konnte. Mit dieser Ausstattung führte er die GIs vorsichtig an die von ihm zufällig erkundete Maschinengewehrstellung heran. Nach kurzem Gefecht ging von ihr keine Bedrohung mehr aus, sodass die Kompanien per Seil über die Brixenthaler Aach hinweg klettern konnten. Die Amerikaner stiegen den Nordhang hinauf, wobei sie zwölf Gefangene machten und zwei weitere Soldaten im Kampf töteten. Captain D setzte auf Schloss Itter währenddessen eine Taktik des Mittelalters an, indem er sämtliche Verbündeten von den Mauern abzog und den Bergfried zur letzten Verteidigung konzentrierte. Die Kolonne um Bochboster musste auf ihrem Weg nach Itter einige stark verteidigte Straßensperren überwinden. Um 1H wäre der an der Spitze fahrende Sherman durch eine Panzerabwehrkanone vernichtet worden, die auf einem Halbkettenfahrzeug montiert waren. Der Schuss aus der 76mm Kanone eines anderen Sherman brachte die Halbkette zum Stehen. Das Dorf Itter wurde quasi im Handstreich erobert. Mit dem Erscheinen der US-Panzer kapitulierten die meisten der dort verbliebenen deutschen Soldaten. Ein Trupp der Waffen-SS war indessen zum Sturm auf das Tor des Schlosses übergegangen. Mit Panzerfäusten bewaffnet wollten die Männer das Torhaus vernichten. Urplötzlich ergriffen sie die Flucht. Sie waren wohl alarmiert von den Kampfgeräuschen die aus dem Dorf in ihrem Rücken kamen. Als Bochbuster ins Blickfeld der Verteidiger von Schloss Itter kamen, gab es für die Franzosen, Amerikaner und Deutschen, die so lange Stand gehalten hatten, kein Halten mehr. Sie rannten am Wrack von Bissot und Jenny vorbei zu der Befragungstruppe. Captain Lee sprach Captain Jill seinen Dank für die Rettung in allerletzter Sekunde aus. Zum Fazit. Bis auf Josef Gangl haben alle im Schloss Itter befindlichen Personen die Belagerung überlebt. Sein Leichnam wurde im Beisein der Bevölkerung von Wörgel und vielen seiner Kameraden am 9. Mai 1945 auf dem städtischen Friedhof beigesetzt. Der Einsatz Gangl im Widerstand beim Schutz von Wörgel und der Befreiung der französischen Gefangenen auf Schloss Itter blieb unvergessen. Er gilt als österreichischer Nationalheld. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Und die Untertitelung des ZDF für funk, 2017 schlapp bang. Vielen Dank.